Hallo allerseits, schönen guten Abend. Ich bin kurz vorm Sonnenuntergang mal unterwegs, um ein versteckten Stern anzuschauen. Ich werde nicht verraten, was es ist. Ein bisschen Geheimnis nicht da bleiben. Schade, eigentlich dachte ich einen schönen Sonnenuntergang hier mitzufügen. Aber leider, leider, ja da hinten, eine Skyline. Schön ruhig und relaxed hier. Am Horizont. Nein, ich glaube nicht, das ist nicht Kulan. Das könnte nicht irgendwo anders sein. Ja, ein bisschen stolprig gerade. Da ist es holprig. Dort auch ein nettes Restaurant. Ein Kondominium. Ja, bin gespannt, ob irgendwer das schon kennt und er redet, was es ist. Es sind einige Personen davon ausgeschlossen, die das natürlich schon kennen. Meine Tippgeber. Also dann, ein schöner Abend und leider kein schöner Sonnenuntergang.